ja marburger abend was ganz besonderes in marburg ich glaube es gibt es nirgendwo in deutschland und wir beide haben da schon mal gespielt das ist wunderbar und das ist ein kleines dankeschön jetzt an die techniker an die moderation an das ganze kfz team vielleicht können wir das dann mal zusammen demnächst gemeinsam singen ungefähr vor einem jahr in marburg an der land gitarre in der hand in der oberstadt ich sang doch ich fand nicht den richtigen ton auch wenn ich alles gab sehr wenig vor mir lag und es war wie das alte lieb egal wohin es geht das pech an meinen fersen kleb egal wohin es geht das pech an meinen fersen kleb ungefähr vor einem jahr in marburg an der land da steht vor mir ein mann und sagt mir an du klingst gut und interessant doch es ist was besseres da für dich ganz wunderbar du brauchst nur noch hingehen egal wie du auch singst im kfz es besser klingt egal was dich bewegt die atmosphäre hier die lebt egal wer du auch bist das publikum ganz bei dir ist ungefähr vor einem jahr in marburg an der land da sieht mich ein typ im kfz das hat mich fast erschreckt das hat mich fast erschreckt wir freuen uns auf dich und deine gitarre das sagt er mit genau der stimme weshalb ich später dann mich auf der bühne wieder finde egal egal wie du auch singst im kfz es besser klingt egal was dich bewegt die atmosphäre hier die lebt egal wer du auch bist das publikum ganz bei dir ist egal wer du auch bist du publikum wir lieben dich ja ja